Hoi, 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 ich sollte mir mal so Wanderstiefel zulegen, wenn es sowas überhaupt gibt, weil er rennt überall durch und ich muss die ganze Zeit gucken, wo ich langlaufen kann. So, jetzt haben sie da vorne noch abgesperrt oder was? Gibt's ja nicht. Oder ist es einfach eine kleine Hürde für die Rentner, dass sie da nicht drüber springen? Kann man ja mal gucken hier. Was steht? Jeff, hey! Hey, hierhin! Hierhin! Jagd! Okay, Jeff, dann gehen wir mal eine andere Strecke. Man sieht noch aus dem Gula-Schuh. Dann gehen wir halt wieder zurück. Mensch! Das ist also die Jagdabsperrung. Da mal nicht der eine oder andere durchläuft. Mensch, ist das ein Sauwetter hier. Ich würde ja auch gerne mit ihm jetzt da runterlaufen. Aber niemals mit den Turnschuhen hier. Oder hier. Ja, und du wieder durch, ne? Du musst dich ja nicht sauber machen. Mensch, das geht nach wie ein König. Wenn der irgendwo hinmacht, wird ihm sein Heuchchen hinterher getragen. Deine Füße werden geputzt. Er wird gekämmt. Jeden Tag bekommt er Essen hingestellt. Junge, Junge. Dein Leben hätte ich gerne. Ja, da kommt da wieder einer. Müssen wir mal gucken.